Ja, herzlich willkommen YouTube. So, willkommen zum Update von meinen Texture Packs, Minecraft zu Minecraft. Das sieht man ja, unschwer, dass es Minecraft ist. Ja, es kam in der Patch 1.4.2. Da wurden ja hier die Stonewall hinzugefügt und die Köpfe, Ambus und die speziellen Steine dort, für die Pyramide. Ja, eben, die wurden alle in typischem Einfachstil gehalten. Dann hier der Ambus noch. Und hier den habe ich auch etwas einfacher gestaltet. Ja, und dann gibt es noch zu sehen die Fledermäuse, die nicht so freiwillig stehen bleiben. Haben wir auch einen neuen Style. Gras, wie man sehen kann, habe ich jetzt statt dieses noch eine Zweitfarbe reingetan, weil das einfarbig ein bisschen doof aussah. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Stein, den habe ich auch noch ein bisschen bearbeitet hier. Da hat er gemuste, ein bisschen mehr grün reingemacht, damit es auch ein bisschen ansprechender ist. Bei einigen Steinen habe ich auch noch Verbesserungen gemacht, beziehungsweise auch verbessert gemalt eben. Hier kann man es sehen bei dem, so nach, war vorher so ein Eck drin irgendwie. Ja, das sind eigentlich die Dinge so, die sich jetzt beim Page verändert haben. Die neuen Fenster, die ihr bekommt, also gibt es ja noch vom Ambus, gibt es ein neues, von den anderen, die wurden auch bearbeitet. Ja, das war es an sich schon wieder. Download-Link natürlich unten in der Beschreibung drin. Wer auch mein Texture-Pack noch mal in Bewegung sehen möchte, der kann Part 11 von meinem Let's Play anschauen. Dort wird es dann auch noch gezeigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.